Die Tiermenschen aus dem heulenden Dorf sind gerade angekommen, als ein junger Mann sie auffordert, Lamulius zu fragen, ob sie jemals etwas brauchen. Er hatte sie gebeten, Lamulius zu fragen, ob sie Hilfe brauchten, da sie die Position der Hausverwalterin innehat und sich offensichtlich um ihre Bedürfnisse kümmern könnte. Lamulius begrüßt sie, während sie alle förmlich antworten. Der junge Mann sagt ihnen jedoch, dass es absolut keinen Grund gebe, förmlich zu sein, da sie es sich auf jede erdenkliche Weise bequem machen sollten. Der junge Mann beteuert, dass sie bei ihrer Ankunft geglaubt hätten, sie würden schrecklich behandelt werden. Ihre Absicht war jedoch nicht annähernd so groß, denn es stand ihnen frei, es sich bequem zu machen. Sie gehorchen den Anweisungen, da sie auf der Insel nicht mehr als Fremde erscheinen. Bei den kleinen Wesen fällt jedoch etwas auf, denn obwohl sie sich über die Umgebung freuen und sich wohlfühlen, scheinen sie oft in Ohnmacht zu fallen, und dagegen muss schnell etwas unternommen werden. Später an diesem Tag sind der junge Mann und alle anderen in einem ruhigen Garten, wo es maximalen Komfort gibt. Die Luft, die im Garten weht, ist frisch und beruhigend. Es gibt verschiedene Menschen, die ihre Magie ausüben. Man sieht einige Gruppen von Menschen beim Üben mit Wasser, während andere ein paar andere Techniken ausprobieren. Der junge Mann ist ziemlich überrascht, dass es den Anschein hat, dass er wahrscheinlich der Einzige ohne magische Kräfte ist. Eine Dame, die wie jemand in seinem Alter wirkt, trötet ihn, nachdem sie gesehen hat, dass er sich ausgegrenzt fühlt. Obwohl sie ihm gesagt hatte, dass jeder seine eigene Magie besitzt, sagt sie ihm schnell noch einmal, dass er offenbar nicht der Einzige ohne Magie ist. Nach einer Weile kommen ein paar Kinder, um ihn zu ärgern, weil sie gerne Zeit mit ihm verbringen möchten. Er hat Angst, dass sie einen Sinn für Magie an den Tag legen könnten, der ihn als nutzlos erscheinen lassen könnte. Sie sollen die Aufgabe mit Hilfe von Äpfeln erfüllen. Die Dame versucht schnell, sie abzutun, als sie sieht, wie unsicher sie den jungen Mann zu machen scheinen. Dabei werden sie von der Meldung unterbrochen, dass auf einer Seite der Insel zwei Bestien zu kämpfen scheinen. Sie hatten ein Geräusch gehört, das man mit einem Erdbeben verwechseln konnte, sie hätten nie gedacht, dass es sich um zwei kämpfende Tiere handeln könnte. Es schien ein Grapplerbär und eine Bloody Viper zu sein. Die Viper muss wirklich riesig sein, damit der Boden so stark bebt. Der Kampf findet im nördlichen Teil des Waldes statt und sie können den Boden ihres Teils des Waldes spüren, der weit vom nördlichen Teil des Waldes entfernt ist. Das Mädchen, das gekommen war, um den Bericht zu erstatten, erklärte, dass der Kampf sofort beendet werden müsse, da er das Wohlergehen der im Wald lebenden Menschen gefährden könne. Sie machen sich sofort bereit, das Chaos zu beseitigen, das den Wald scheinbar heimgesucht hat. Der junge Mann, der üblicherweise als Bürgermeister bezeichnet wird, stürzt sich auf die Dame, die gekommen war, um den Vorfall zu melden, während sie in den Himmel springt. Sie reisten nicht zu Fuß zum Schauplatz der Schlacht, da die Rettung des Waldes sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Sie sind im Handumdrehen am Tathort, da sie beide schockiert sind, als sie sehen, wie groß die Viper und der Bär sind. Der Bürgermeister hatte zuvor davon gesprochen, Tiere im Waldgebiet zu essen, aber sie hatten ihn nicht ernst genommen. Er weist das Mädchen an, sich sofort in die Kampfszene zu stürzen. Sie beruhigt sich schnell, zögert zunächst, weil sie überzeugt ist, dass ihnen irgendwann etwas passieren wird. Es ist jedoch sehr wichtig, dass sie ihrem Meister gehorcht, während sie in die Kampfszene eintaucht. Sofort zerschneidet der Bürgermeister diese Tiere gnadenlos, da sie nach der ganzen Tortur tot erscheinen. Sie ist schockiert, dass er sie tatsächlich kochen und essen will. Sie transportieren das große Tier nach Hause, während er aus ihrem Wein und Alkohol eine Köstlichkeit zubereitet, die zunächst allen seltsam vorkommt. Er überredet alle, die Tiere zu probieren, denn sie scheinen wirklich lecker zu sein. Er hatte die Viper gebraten und sie schmeckte nach Hühnchen. Schließlich probieren sie es aus, nur um auch den Geschmack zu lieben. Sie hatten mehr zu essen, da das Essen wirklich lecker war. Später am Tag besuchte der Bürgermeister Floras Gebäude, um Nahrungsergänzungsmittel zu besorgen, damit die übrig gebliebene Mahlzeit nicht verdirbt. Er hatte sie gefragt, ob sie eine Substanz hätte, die verhindert, dass Mikroorganismen das Essen zerstören. Sie bietet ihm ein Konservierungsmittel an, als er sich nach dem Rezept erkundigt, das er ihr zum Ausprobieren empfohlen hat. Sie hatte einen schlechten Bericht, da sie erklärte, sie habe ihr Bestes gegeben, um das Essen zuzubereiten, und trotz ihrer harten Arbeit erwiesen sich alle ihre Bemühungen als erfolglos. Er war direkt zum Geflügel gegangen, um Eier zu holen, und beschloss, es direkt in ihrer Gegenwart zuzubereiten. Sie haben neben den Eiern und der Mayonnaise viele Zutaten gemischt. Sie probiert es, ohne es zu backen oder zu kochen, während er sie warnt, dass es gefährlich für ihren Körper ist. Sie freute sich, als er ihr erklärte, dass das Essen anders und köstlich sei. Sie werden durch den unangekündigten Besuch einiger Männer unterbrochen, die aus einem anderen Land stammen. Sie wirken wild und ihre Bärte sind sehr voll. Ihr Ansatz scheint jedoch authentisch und sehr freundlich zu sein. Der Bürgermeister führt sie herein, während sie ihre Gründe für den Besuch mitteilen. Sie hatten gehofft, dass sie von ihnen eine große Menge Alkohol bekommen könnten, da sie gehört hatten, dass ihre Leute Alkohol produzieren. Die Menschen weigerten sich jedoch, ebenso wie der jüngere Bürgermeister, ihnen ihren Alkohol zu geben, da sie ihn für sehr wertvoll hielten. Sie vereinbaren mit ihnen und versprechen, ihnen aus ihren Pflanzen mehr Alkohol zu verschaffen. Sie glaubten es kaum, denn sie fragten sich, ob das wirklich möglich sei. Die Männer beschlossen, das Experiment auszuprobieren, da der Bürgermeister sich daran erinnert, es in seinem Naturwissenschaftsunterricht ausprobiert zu haben, als er jünger war. Sie stellten schließlich eine Substanz her, die in eine Tasse geleckt wurde, damit die Menschen sie probieren konnten. Ruft der Bürgermeister, nachdem er ein wenig getrunken hat, und bestätigt, dass der Alkohol eher scharf als normal sei. Die Männer lachen nur und behaupten, dass er ein leichter Trinker sei, da sie selbst Alkohol trinken. Die Menschen sind sehr froh, dass sie jemanden gefunden haben, der ihnen Alkohol gibt, wodurch ihr Geschäft und ihr Ruhm erhalten bleiben. Sie feiern fröhlich, während sie eine Mini-Party veranstalten. Alle sind begeistert und viele Menschen betrinken sich durch den intensiven Konsum scharfen Alkohols. Der Bürgermeister ist allein auf dem Feld, als er ein Geräusch hört, das ihn in die Realität katapultiert. Das Geräusch scheint dem Geräusch sehr vertraut zu sein, das sie gehört haben, als der Bär und die große Weiper im Kampf waren. Diesmal ist es jedoch anders, da der Kampf scheinbar am Himmel stattfindet. Als er aufschaut, sieht er zwei große Drachen, die sich gegenüberstehen. Der sehr große gesellt sich später zu ihnen, als sie beginnen, sich gegenseitig anzugreifen und so großes Chaos im Wald anrichten. Er wird richtig wütend, als er schwört, sie dieses Mal niemals loszulassen. Sie müssen für ihre Gräueltaten büßen, soweit es ihn betrifft. Er beginnt, den Drachen anzugreifen, während er einen der Drachen erschießt, der dem Angriff schnell entkommt, nachdem er gesehen hat, wie gefährlich und tödlich der Angriff des Bürgermeisters sein kann. Es scheint eher eine Bedrohung für ihr Wohlergehen zu sein. Nachdem der Bürgermeister gesehen hat, dass der Drache dem Angriff ausgewichen ist, wird er immer wütender, als er das Feuer seines Angriffs erneut entfacht. Diesmal ist er bereit, sie zu eliminieren, ohne dass jemand eingreifen könnte. Gerade als er sie mit einer Art Magie treffen will, unterbricht ein kleiner Junge, der ebenfalls ein Drache, aber in Menschengestalt ist, sie schnell und erklärt, dass es sich um seinen Onkel und seine Familie handelt. Sie alle kehren zu ihren menschlichen Formen zurück, während sie versuchen, ihre Differenzen an Land und ohne ihre Drachengestalt beizulegen, was die Intensität des Kampfes verringert. Sie werfen dem Vater vor, ständig zu trinken und unterstellen ihm außerdem, dass er eine Affäre hat. Er bestreitet schnell und erklärt, dass er ihnen immer Geschenke ins Haus bringen durfte, um ihre Unsicherheiten auszuräumen. Der Bürgermeister ist froh, dass sie offenbar ohne Zwang gut zurechtkommen, als der Vater sie auffordert, sich sofort beim Bürgermeister dafür zu entschuldigen, dass sie ihm viel Ärger bereitet haben. Sie entschuldigen sich, als der Bürgermeister ihre Anwesenheit verlässt. Der Vater gibt an, er sei gekommen, um die Umgebung zu beobachten, da der Kampf nur Tarnung sei. Sie hätten nie gedacht, dass es jemanden geben könnte, der mächtiger ist als der Drache, damit sie sich sicher und beschützt fühlen können. Die Mutter befiehlt ihrer Tochter, im Wald zu bleiben, die Menschen zu beobachten und für ihre Sicherheit zu sorgen. Ihr Vater hatte ihre Mutter unterbrochen, während sie die Anweisungen verteilte, aber sie ignorierte ihn, da sie sich bereits entschieden hatte. Bis auf ihre Tochter kehren alle zurück. Sie hatten dem Bürgermeister gesagt, er solle ihr einen bestimmten Job zuweisen, um sie zu beschäftigen. Während ihres Aufenthalts stellen sie jedoch fest, dass die Wölfe und sogar die anderen Tiere plötzlich Angst vor dem Drachen haben, seit sie sich ihnen angeschlossen hat. Das stört den Bürgermeister, als er versucht herauszufinden, ob es andere Sektoren gibt, in denen sie arbeiten kann, die sie von den Tieren fernhalten würden. Sie war zur Arbeit in ihr Restaurant gebracht worden, da sie in keine andere Branche zu passen schien. Doch ein Mann namens Bessel, der ein anderes Land regiert, ist gekommen, um Lebensmittel aus ihrem Laden zu holen. Als er schockiert erfährt, dass nun ein Drache als ihr Begleiter für sie arbeitet, starrt er den Drachen voller Ehrfurcht und Unglauben an. Was jetzt? Würde er gefressen werden? Ist es überhaupt richtig, dass ein Drache mit seinen Hörnern und seinem gruseligen Schwanz ein Begleiter ist? All diese Fragen gehen ihnen durch den Kopf, während er immer wieder alles bestätigt, was sie anscheinend gesagt hat. Er hat keine eigene Entscheidung mehr, da er unsicher ist, was er sagen oder tun soll. Am Ende kauft er gegen seinen Willen alles, was sie vorgeschlagen hat, nur weil er Angst vor ihr hat und alles tun will, um ihr aus den Augen zu verschwinden. Schließlich trifft er den Bürgermeister, der ihn bittet, alles zu zählen. Was er bekommen hat, aber er lehnt ab, da er kurz davor ist, sich in die Hose zu machen. Er kehrt sofort in seine Stadt zurück. Als er in seiner Stadt ankommt, ruft er seine Häuptlinge zu sich und erzählt ihnen von den neuen Entwicklungen im Dorf. Sie haben jetzt eine vollständige Militer – wenn es ihnen egal ist, werden sie mit großer Gewalt angreifen, und bald wird ein Angriff gegen sie stattfinden. Die Frage nach ihrem Erfolg oder Misserfolg drängt sich ihnen sofort auf. Er entlässt sie, nachdem er beschlossen hat, einen Spion in ihre Stadt zu schicken, der ihm einen angemessenen Bericht über alles geben wird, was im Dorf passiert. Später am Abend ruft er seine einzige Tochter zu sich und erklärt, dass er sie als Spionin in eine Kleinstadt schicken werde. Das junge Mädchen lehnte nicht ab, denn sie würde auf Mission gehen, da es ihr Vater war. Gleich am nächsten Tag trifft sie bei ihrer Ankunft in der Stadt auf die Drachendame. Ihr Empfang war sehr herzlich, da sie ihre wahre Absicht nicht kannte. Bezels Tochter ist jedoch nicht so schüchtern wie ihr Vater, da sie ständig Fragen über die Umgebung und die Menschen stellt, die in der Umgebung leben. Später am Tag sieht sie die anderen wilden Tiere und die starken Zwerge, die sich in der Stadt aufhalten. Sie schätzt sie schnell ein, da ihr klar wird, dass sie sie kaum besiegen können. Sie scheinen wirklich stark und einzigartig zu sein. Es bedarf nur einer sehr starken Kraft, um sie auszulöschen oder auch nur eine leichte Bedrohung zu schaffen. Sie setzt sich irgendwo in den Wald und lässt sich nieder, um die Daten zu analysieren, die sie zuvor gesammelt hat. Sie trifft sich mit dem Bürgermeister, den sie unterschätzt, da er erkennt, dass er ein gewöhnlicher Mensch ist. Ihre Analyse ist jedoch völlig falsch, als sie sich nach ihm erkundigt. Das Drachenmädchen gibt an, dass er genug Kraft hatte, um sogar ihre Mutter zu besiegen. Das Mädchen ist schockiert, als sie beginnt, ihm mehr Respekt entgegenzubringen. Sie kamen der Bürgermeisterin seltsam vor, weil sie bei ihrem ersten Treffen nicht so war. Er hatte alle Informationen über sie gesammelt und wusste, dass sie für einige Zeit in ihrer Stadt bleiben würde. Hiraku informiert die anderen Dämonen über Schleim und wie er sich vermehren kann und sehr harmlos ist. Ein roter Schleim trank plötzlich das gesamte Fass Alkohol aus, das im Dorf aufbewahrt wurde. Das Dämonenmädchen ist plötzlich sehr überrascht, als es sieht, dass der Schleim ein ganzes Fass Alkohol getrunken hat, und schlägt vor, es für die begangene Straftat zu bestrafen. Daraufhin kam es zum ersten Mal in der Geschichte des Dorfes zu einem Prozess und sie kamen zu dem Schluss, dass der Schleim der von ihm begangenen Straftat schuldig war. Die Mädchen begannen, sich strenge Strafen auszudenken, wie das Verbrennen des Schleims, während einige Mitleid mit dem armen Ding hatten. Der Bürgermeister schlug dann vor, dass die Mädchen mit solch verrückten Ideen Schluss machen sollten, weil er Mitleid mit dem kleinen Schleim habe. Sie fangen an, den Bürgermeister herauszufordern, weil er immer so weich ist, und versuchen ihn zu überreden, den Schleim zu bestrafen. Eines der Mädchen teilt ihnen plötzlich mit, dass die Bestrafung des Schleims nicht bedeutet, dass er weiß, wofür er bestraft wird, was ihnen zeigt, was sie meint. Sie alle beschließen, es sein zu lassen, und der Schleim taucht weiterhin bei ihren Veranstaltungen auf und wird von ihnen freigesprochen. Am nächsten Tag sitzt der Bürgermeister unter einem Baum und beginnt zu bewundern, wie die Saison verlaufen ist, und sammelt die Ergebnisse der Pflanzung, die er gegen Ende der Saison erzielt hat. Plötzlich merkt er, wie hungrig er ist, und macht sich schnell daran, etwas für das Abendessen zuzubereiten. Der Bürgermeister hat ein schönes Essen für die Mädchen zubereitet, und alle beginnen zu essen, während sie genießen, wie gut der Bürgermeister kochen kann. Der Bürgermeister erzählt plötzlich, dass das Essen besser schmecken würde, wenn es Meeresfrüchte gäbe. Die Mädchen werden aufmerksamer und fragen ihn, was Meeresfrüchte sind, weil sie wirklich möchten, dass er ihnen ein sehr gutes Essen zubereitet. Der Bürgermeister listet dann einige Punkte auf, über die er gesprochen hat, und die Mädchen beginnen, darüber zu sprechen und Informationen darüber zu sammeln. Eines der Mädchen schlägt schnell eine Stadt vor, die einen Hafen hat, wo sie anfangen können, nach diesen Gegenständen für das Dorf zu suchen. Sie informiert sie auch darüber, dass das Dorf auch für den Handel und den Kauf von Waren bekannt ist und dass sie mit Sicherheit die Art von Meeresfrüchten bekommen werden, von der der Bürgermeister spricht. Die Mädchen machen sich schnell auf den Weg, während sie sich darüber einig sind, wer auf ihrem Weg verschiedene Aufgaben übernehmen soll. Hiraku ist plötzlich erstaunt darüber, wie motiviert die Mädchen sind, zu arbeiten, wenn es ums Essen geht, und starrt sie an, während sie alle davon fliegen. Aber er ist so froh zu wissen, dass sie alle seine Küche genießen. Drei Tage später kehren die Mädchen zurück, die aufgebrochen waren, und sie kamen mit einem Mann namens Michael. Er ist ein Händler aus der Stadt Chechato im Dämonischen Königreich. Michael ist der Präsident der Firma Goron und begrüßt Hiraku, den Bürgermeister des Dorfes. Anschließend zeigt Michael den Mädchen und dem Bürgermeister die Produkte, die er aus seiner Stadt mitgebracht hat, und sie sind alle erstaunt über das, was sie gesehen haben. Michael entschuldigt sich auch dafür, dass er nicht mit den Algen zurückgekommen ist, um die er gebeten hatte, weil seine Männer nicht mit ihnen zurückgekommen sind. Stattdessen werfen sie sie zurück ins Meer. Versprechen aber, sie bald trocknen zu lassen. Michael erzählt Hiraku auch, dass er drei Hauptziele hat, was Hiraku sehr überrascht, da er nichts anderes von ihm erwartet hatte. Michael sagt ihm dann, dass sein erstes Ziel darin besteht, ihn zu begrüßen, was er bereits getan hat TJ. Das zweite Ziel besteht darin, Hiraku und den Bürgermeister davon zu überzeugen, mehr Geschäfte mit ihnen zu machen. Und das dritte Ziel besteht darin, offizieller Regierungslieferant des Dorfes zu werden. Michael wollte alle Handelsabkommen zwischen ihnen und der Außenwelt abwickeln. Michael besteht dann darauf, dass sie ihm die Erlaubnis für diese Ernten geben und verspricht, ihnen einen siebenmal höheren Wert zu verschaffen, als er durch den Handel mit den Waren erzielen würde. Hiraku beginnt darüber nachzudenken und Michael zeigt ihnen eine Liste der Unternehmen, die er leitet, was ihn dazu bringt, dem Geschäftsangebot von Michael zuzustimmen. Später an diesem Tag besteht Michael darauf, über den im Dorf produzierten Alkohol zu sprechen, aber alle schreien ihn an und sagen ihm, dass er keinen Alkohol trinken darf. Michael bekommt plötzlich Angst und entschuldigt sich, als er sich auf den Abschied vorbereitet. Hiraku und die Mädchen beginnen darüber zu reden, was für ein geschickter Kaufmann er ist und welchen Gewinn sie machen werden, wenn er anfängt, ihre Waren für sie abzuwickeln. Hiraku beginnt zu hoffen, dass er sie sicherlich nicht täuscht und hofft auch, dass die Verhandlungen von da an reibungslos verlaufen. Währenddessen blickt Michael beim Heimreiten auf dem Drachen auf das Dorf zurück und erkennt, wie beängstigend sein Besuch im Dorf war. Er erinnert sich plötzlich an den Besuch vor drei Tagen in seinem Büro in Cheshato City. Michael fragte, warum sie ihn unbedingt sehen wollten. Er sagt seinem Kollegen, er solle sich darum kümmern. Aber dieser sagt ihm, dass sie mit seinem Namen gekommen seien, um ihn zu sehen, und dass er sogar Waren von ihren Farmen mitgebracht habe. Michael wurde zunehmend beunruhigter, als er sah, dass sie Waren mitbrachten, und fragte, ob sie die Regeln nicht wüssten. Er fordert seine Männer auf, sie an einen anderen Ort zu verweisen, wenn sie damit nicht zurechtkommen. Plötzlich ändert er seine Meinung und sagt, dass sein Kaufmannsinstinkt ihm sagt, er solle sie nicht ignorieren. Michael beschließt plötzlich, sie zu treffen, bemerkt, dass es die Dame aus der Chrom-Familie ist, die er auf ihrer letzten Geburtstagsfeier kennengelernt hat, und beginnt sich vorzustellen, wie er enthauptet worden wäre, wenn er sie weggeschickt hätte, ohne ihr zuzuhören. Dann fragt er, mit wem sie gekommen ist, und er bemerkt, dass sie last die Moon von den Drachen ist, und er hat noch mehr Angst. Michael macht sich noch mehr Sorgen, weil er vor der Tochter eines der mächtigsten und gefährlichsten Drachen steht. Michael schiebt seine Angst beiseite und fragt, weshalb sie gekommen sind. Die Dame aus der Chrom-Familie nimmt ihn mit nach draußen und sagt ihm, dass sie möchten, dass er ihre Waren kauft, und dass er im Gegenzug weitere Gegenstände für sie finden soll. Michael geht auf die Ware zu und denkt dabei darüber nach, in welche Gefahr er geraten könnte, wenn er mit den beiden Damen Handelsgespräche aufnimmt. Plötzlich öffnet er die Waren und bemerkt, dass es sich um Früchte handelt, die in das dämonische Königreich gelangt sind, und beginnt darüber nachzudenken, wie viel Silber er verdienen würde, wenn er sie bekäme. Michael akzeptiert plötzlich den Deal und verspricht, ihre Waren zu bekommen, damit er den Deal nicht verpasst. Er befahl seinen Männern sofort, ihm den besten Fang zu besorgen, den sie morgens im Hafen hatten, damit er ihnen den Damen geben konnte. Anschließend fragt Michael die Damen, ob er ihnen folgen möchte, um zu erfahren, wohin sie gehen. Schließlich informiert er ihn schnell darüber, dass er in den Wald des Todes gehen wird, wo sich ihr Dorf befindet. Michael bekommt zunehmend Angst, weil die Risiken des Deals so hoch sind. Er folgt ihnen und sie stellen ihn den meisten Dämonen und Engeln im dämonischen Königreich vor, was ihm noch mehr Angst macht. Nach dem Handelstreffen mit dem Bürgermeister ist Michael sehr froh, dass er es überlebt hat und wie es ihm gelungen ist, die Sache mit der furchteinflößenden Gruppe abzuschließen. Er ist auch froh, weil riesige Gewinne auf ihn warten. Aber er ist sich nicht sicher, ob sein Körper damit umgehen kann. Zurück im Dorf beginnt Hakurin, den Dorfkindern Mathematik beizubringen, und der Bürgermeister ist überrascht, wie eifrig sie bei der Arbeit ist und wie sie auch Multitasking beherrscht. Doch schließlich macht er sie zur Dorflehrerin. Später an diesem Tag kommen die Lamia-Mädchen und bitten den Bürgermeister um Schutz vor ihren Haustieren. Aber sie ziehen keine Kleidung an. Sie erzählten ihm, wie ihre Haustiere kamen und sich dort zerstreuten, wo sie geblieben waren, und wie sie mit kostbaren und seltenen Materialien kamen. Der Bürgermeister nimmt sie an, gibt ihnen einige seiner Waren und besteht darauf, dass sie Besorgungen für sie erledigen. Er bittet sie auch, sich anzuziehen, wenn sie ins Dorf kommen, und gibt ihnen einige Kleidungsstücke zum Anziehen. Der Bürgermeister bemerkte auch, wie verbessert die Ernte ist, und beschloss, mehr Feldfrüchte anzubauen. Währenddessen beobachtet irgendwo außerhalb des Dorfes eine Gruppe Mädchen, wie groß das Dorf wird, und vermutet, dass sie etwas Schlimmes planen. Zum Abschluss zerstören sie das Dorf und retten Flo A.I.M. Hat Ihnen diese Zusammenfassung gefallen? Wenn ja, liken Sie bitte dieses Video und abonnieren Sie unseren Kanal, damit wir Ihnen die Zusammenfassung sehen.